Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video von dem lieben NyxName an. Der hat eins rausgehauen, mal wieder zur aktuellen Sam vs. Wild-Thematik. Und zwar Sam vs. Wild-Fritz-Statement zum Mobbing und Konflikt hätte es zum Schlag kommen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da drin vorkommt, weil mich hat es auch interessiert, was Fritz Meineke dazu sagt. Wie er die Situation einschätzt. Und ich würde schon fast sagen, dass es sehr bewusst gewählt war, dass ein Stefan und ein Joe Vogel, dass die zusammen dort auskommen müssen. Und dann hat man sich vielleicht so gedacht, okay, als soziales Experiment wäre das ja top, weil das so zwei Alpha sind, die halt nicht gut miteinander klarkommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt so seine Meinung dazu ist. Ob er auch vielleicht dazu bekannt gibt, dass es wirklich so gewollt war. Oder ob er sagt, okay, man hat halt versucht, da einfach Leute, auch Experten einfach mit reinzuholen. Mal schauen, wie es da so abgeht. Und herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht hier auch wieder um Neuigkeiten von Sam vs. Wild. Fritz hat jetzt auch angefangen, auf die Folgen zu reagieren und was zu der Situation mit dem Hate und Konflikten gesagt. Flying Uber hat mit Robert Mark Lehmann gesprochen und dann schauen wir uns noch ein paar Aussagen von den anderen Teilnehmern an. Freunde, immer noch 80% von euch schauen die Videos ohne Abo. Also jetzt einfach mal... Ja, guck mal, guck mal, das mach ich. Guck. Nikes Name, falls du das hier irgendwann sehen solltest. Grüße gehen raus. Abo ist natürlich schon längst da. Ist ganz klar. Da wollen wir auf dem Laufenden gehalten werden. Ist wichtig und richtig. Wenn ich mal alle rein abonnieren, ist völlig kostenlos und würde mich riesig freuen. Link ist natürlich unter der Beschreibung. Dort kommt ihr auch zu Nikes Name. Generell, immer wenn ich auf die Videos reagiere, ist der Link ganz oben. Und dann checkt das immer ganz wichtig ab. Und lasst es auch von mir aus während der Reaction im Hintergrund auf lautlos laufen. Aus Ehre und Respekt. Dann starten wir auch gleich mal bei Fritz rein. Er hat natürlich viel gesagt im Stream, wo er auch gleich auf mehrere Folgen reagiert hat. Zum Thema, wie er das Ganze mit Hate, Konflikte, Mobbing und Leuten, die schreiben, dass ihnen die Sprache und sowas stört, sagt er das hier. Wisst ihr, was ich witzig finde? Die ganzen Leute, die sich alle drüber aufregen. Über das Digger. Über die Aussprache. Über... Doch, über das Digger beschwere ich mich. Ich bin ehrlich, ja, so Boomer-mäßig, ich habe da auch einen Tweet dazu gemacht. So ehrlich muss ich sein. Aber das ist nicht nur jetzt hier bei Sam Willis Wild, das ist generell. Wenn man hinter jedem Satz das Wort Digger ranhängt, da kriege ich irgendwann einen Puls. Ja, irgendwann ist es dann so weit, wo ich mir denke, Alter, hör bitte auf, das Wort Digger zu benutzen. Ist ganz schlimm, weil das asozialisiert diesen Satz halt nochmal. Den Konflikt über, was weiß ich, Mobbing und keine Ahnung und Ausgrenzung und Bevormundung und Sexismus und bla. Und all diese ganzen Sachen, wenn diese Leute das schreiben, dann ist das für mich, sage ich euch ganz ehrlich, ein digitales Schulterklopfen. Für mich ist das ein Kompliment. Einfach aus dem Grund, weil das für mich zeigt, also wir haben hier eine reale, echte Situation quasi. Das ist nicht irgendwie im Hintergrund geskriptet, damit das passiert. Das ist halt echt. So sind Menschen willkommen auf dieser Welt, willkommen in unserer Gesellschaft. Und wenn sich Leute darüber aufregen, dann regt ihr euch nur über den Planeten auf, auf dem wir leben. Über die Gesellschaft aus. Ja, richtig. Hey, da ist es wichtig und richtig, sich darüber aufzuregen. Das war schon immer so. Auch wenn ihr erlebt, weil das ist völlig normal. So. Und für mich ist es eher eine Bestätigung, weil diese Elemente, gerade wenn sich Leute aufregen, wenn Leute dann sich das so sehr beschäftigt, dass die meine DMs kommen, wenn mir das schreiben müssen, dass sie das auf irgendeinen Instagram-Post schreiben, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist denen das so wichtig, das ist so tief in deren Herzen drin, dieses Problem, dieses bedrückende Gefühl, wo ich merke, wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben doch alles richtig gemacht, weil das ist unterhaltsam, das ist interessant, das lässt auch drüber nachdenken. Auch bei diesen ganzen Sachen, die scheiße sind, die schlimm sind, ist doch gut. Es ist ein Thema, was aufkocht, wo man nochmal drüber redet, wo man sich bewusst wird und so weiter. Es wäre doch nichts schlimmer, als wenn dort sieben Vollprofis sind, die alles richtig machen, die alles perfekt hinkriegen, kein Stress ist, alle, also wisst ihr, was ich meine? Es würde doch kein Schwanz gucken, es wäre doch so langweilig. Ich muss an der Stelle hier aussagen, natürlich sind diese Konflikte aus Zuschauersicht sehr spannend. Ich habe ja auch schon... Boah, nee, ich finde irgendwie, ich sage euch ganz ehrlich und ich weiß nicht, wie ihr das so seht, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Ich glaube, hätte man sich fokussiert aufs Survival, aufs Überleben, wie vielleicht noch so eine Holzhütte gebaut wird oder irgendwie gejagt wird und da noch mehr Energie reingesteckt wurde oder irgendwie mal geangelt wird oder so, hätte man sich darauf konzentriert, hätte ich das noch geiler gefunden als irgendeine Beef-Situation, wo dann irgendjemand geht, weil er die Schnauze voll hat und es dann im Nachhinein nur noch Beef gibt und das schon zum Trash-TV wird. Also ich hätte es viel geiler gefunden, hätte man sich einfach miteinander vertragen, normal miteinander kommuniziert und man hätte sich wirklich auf das Survival-Ding konzentriert. Das wäre viel geiler gewesen, weil du guckst das ja an, eben weil es Survival ist. Ich als Null-Survival-Typ fand das immer sau interessant, wie gehen die vor. Ja, was machen die, wie bauen die die Hütte, welche Strategie haben die? Das ist viel geiler als dieses, jo, ich läste jetzt über den ab und der geht da seinen Weg und lästert über die anderen ab und dann gibt es nur noch Beef und so. Das ist einfach genau das, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe, weil das gibt es im Internet schon oft genug, so diese ganzen Streitereien. Das ist doch viel geiler, mal Zusammenhalt zu sehen und mal zu erkennen, okay, wie gehen denn die als Gruppe vor, als so soziales Gefüge. Das finde ich ein bisschen schade. Also das ist so komplett abhandengekommen, dieses Survival-Dings, sondern das ist das, was Julia auch gesagt hat in ihrem Real Talk. Da hat sie auch gesagt, es kommt einem immer mehr so vor, als wäre das wie so eine Trash-TV-Sendung. Das findet sie schade, dass das so Teil davon mittlerweile ist oder dass sie Teil davon ist. und man beachtet gar nicht mehr oder man hat gar nicht mehr den Fokus gehabt auf das Survival-Ding. Das ist schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft bei den nächsten Folgen anders aussehen wird. Ich meine, zum Beispiel jetzt, wenn irgendwas noch gebaut wird und so weiter. Das finde ich spannend. Oder wenn gejagt wird, die Starspring gespannt auf die nächsten Folgen, wie es so wird. Aber so die ersten Folgen jetzt, und wir haben jetzt mittlerweile sieben Folgen, aber lass es jetzt einfach mal sein zu den ersten fünf Folgen, sechs Folgen. war ganz, ganz viel nur Joe Stephan, Beef und es wird gelästert und gegeneinander gesprochen. So, viel schöner bei Seven vs. Wild finde ich wirklich so den Zusammenhalt. Es macht viel mehr Spaß, wenn Hugo und wenn Uwe zusammen irgendwo hinlaufen, den Koffer holen oder so oder eine Kiste holen und da den Spaß ihres Lebens haben oder sich pushen, motivieren. Der eine, der wird halt bewusstlos und der andere, der versucht dann nochmal gerade zu motivieren und so weiter. Das ist viel geiler und macht viel mehr Spaß anzuschauen, als wenn sich da die Leute hin und her biefen. Muss ich echt sagen. Die Staffel ist vom Unterhaltungswert wirklich auf einem ganz anderen Level diesmal. Ich muss Fritz auch an der Stelle recht geben, dass natürlich viele Teile der Gesellschaft in Seven... Aber Leute, das ist natürlich meine Meinung. Wenn man Bock hat auf Drama oder auf Beef und das auch als seine Unterhaltung da gern haben möchte, ist es natürlich auch vollkommen, vollkommen fein. Für mich, ich habe das gut aufgrund meiner YouTube-Sache hier, weil ich auf YouTube viel unterwegs bin, habe ich schon genug Drama und sehe da schon so viele Sachen, die nicht korrekt laufen. Da dachte ich mir so, okay, dann ist Seven vs. Wild immer eine ganz gute Abwechslung. Aber das ist dieses Jahr nicht ganz so. ...was ist Wild wiedergespiegelt werden. Denn diese Sprache mit zum Beispiel Digger ist ja nun mal so in unserer Welt aktuell. Und auch Konflikte, Mobbing gibt es natürlich auch in Alltagssituationen. Dass diese Themen dann aber bei einer Millionenreichweite enorm diskutiert werden, wenn man diese aus mehreren Stunden Material so präsent reinschneidet, ist ja auch völlig klar. Und wenn es dabei Ausgrenzungen in der Staffel gibt von den gezeigten Aufnahmen, die viele Zuschauer so wahrnehmen, finde ich es aber trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Denn es ist nun mal eine Show, die so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn dort einer den anderen dauerhaft runter macht, weil er ihn nicht leiden kann, ist das im Endeffekt trotzdem wie in großen Teilen unserer Gesellschaft, sollte dann aber auch als Problem angesprochen werden. Dass Menschen dort gegenseitig Fehler machen, gute und schlechte Momente haben und sich das Internet darüber zerruft, war ja eh absehbar. Sonst kann man sagen, dass Fritz die Situation vor Ort neutral probiert zu bewerten und aus seiner Perspektive aber auch sagt, was er an bestimmten Stellen anders gemacht hätte. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Gespräch von Flying Uwe und Robert Mark Lehmann, wo auch schon die ein oder anderen Andeutungen kamen. Warte, kam der jemals? Ein einziges Mal, so viel kannst du mir verraten, in dieser Staffel der Gedanke, fuck it, Alter, ich hau hier ab, ich zieh alleine durch oder ich schnapp mir einen Joe Vogel als mein Skillset und ich zisch hier ab. Ich kann das nicht mehr? Hm, nee, also ich hatte einen Moment, da war ich körperlich wirklich so am Arsch, dass ich gedacht hab so, ey, eigentlich ist das falsch, was ich jetzt hier gerade mach. Mhm. Ja, bis da, also richtig, also ich war so am Ende, da gibt's echt einen Punkt, wo ich dann gesagt hab so, also wo ich auch ein bisschen, du vegetierst so vor dich hin, dann hab ich mich hingelegt und ich dachte mir so, boah, das ist schon wieder zu viel gespoilert, sag ich, das ist schon wieder zu viel gespoilert, jetzt weiß man ja schon, also für mich persönlich ist das jetzt schon wieder der Spoiler im Hinblick, ja, Uwe hat durchgezogen bis zum Schluss. Weil wenn er sagt, es gab schon so einen Moment, wo, das zeigt ja, okay, er hat trotzdem durchgezogen. Geh ich jetzt mal davon aus. Ah, ja, okay, und dann hab ich auch in die Cam geredet und ich hab so Sachen... Aber ich freu mich, ich freu mich, wenn Uwe das durchgezogen hat. Weil Uwe macht zusammen mit Hugo am meisten Spaß. Also sonst wäre die Gruppe... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber für mich hält sich dieses Format und beziehungsweise jetzt grad die Staffel hält sich so vom Unterhaltungslevel noch her ganz gut am Leben aufgrund von Uwe und Hugo. Ich finde Joe Vogel anstrengend, muss ich sagen, den kann ich schlecht zuhören. Joey Kelly redet kaum, aber das, was er macht, ist interessant, wenn man da mal so ein Timelapse sieht. Und ja, Julia und Sandra, ja, du kannst ja jetzt nicht nur das als die einzige Unterhaltung da sehen. Aber keine Ahnung, ob das dann so der... Das wäre, warum ich mir das dann komplett angucken würde. Also ich muss ehrlich sagen, Uwe und Hugo finde ich wirklich am interessantesten, deswegen schalte ich auch am aktivsten ein. Da sind mir so Sachen eingefallen, also ich nenne es so wie eine Art Nahtoderfahrung. Dann habe ich Sachen aus der Vergangenheit rausgekramt und mit meiner Cam darüber geredet und Sachen gezeigt, die ich anfixiere, die mir Kraft geben in den Bergen. Also soweit waren wir schon. Also ich sage mal so, das war jetzt auch schon ein kleiner Spoiler von Uwe, aber ich glaube auch, dass es sehr nah liegt, dass sich die Gruppe da jetzt nicht mehr trennen wird. Zumindest hätte ich da jetzt auch überhaupt keinen Sinn drin mehr gesehen. Dann ging es noch um das Thema Jagen. Ja, also offensichtlich ist auch, die Gruppe hat ja auch einen guten Zusammenhalt, die die jetzt in der Gruppe noch drin sind. Also das kann man schon mal sagen. Ich glaube, niemand würde davon ausgehen, dass sich die Gruppe auch nur im Ansatz trennen würde. Das wäre ja klar. Wo auch schon ein bisschen was verrät. Ey, Uwe, ich habe eine Frage, die musste mich aber spoilern. Du darfst aber nicht sagen, was und wie und weshalb. Das ist nur eine Ja-Nein-Frage. Ja. Hast du in deiner Zeit da, ich weiß ja nicht wie lange, ein Tier gegessen? Ja. Was darfst du beantworten? Ja? Aha. Also das heißt, ich kann mich tatsächlich echt darauf freuen, dass irgendwer irgendwas gejagt hat, zubereitet hat und du hast es gegessen. Okay, mehr muss ich nicht wissen, weil dann höre ich nicht auf bis zu der Stelle, wo das kommt, weil das will ich sehen. Okay, sehr gut. Ich bin so gespannt darauf. Okay, krass. Okay, sehr gut. Boah, dann bin ich auch gespannt. Eine Sache kann ich erzählen. Boah, aber wirklich, die Hummel. Ja, das wäre auch geil. Einfach die Hummel. Äh, diese halbe Hummel. Kurz noch ein bisschen geröstet. Abfass. Ähm. Also wenn ihr jetzt nicht die Hummel meint und die wirklich was gefangen haben, dann kann das ja fast nur ein Hirsch gewesen sein, oder? Die haben doch nur diese Schlingfallen für die Hirsche gemacht. Oder haben die auch was für die Opossums gemacht? Junge, die Mädchen, die haben da einfach einen Hirsch zerlegt. Das wäre krank. Also wenn die das gemacht haben, das wäre wirklich absolut gottlos. Oder vielleicht ein Fisch. Oder ein Fisch. Stimmt. Stimmt, stimmt. Wir wissen ja nicht. Wurde ja noch gar nicht geangelt bis jetzt. Na? Das spoiler ich auch mal so halb. Ja. Ich war einmal mit. Also es fing so an, so kann ich mal mitkommen? So? Ich wollte ja mehr. Ach so, die Schlingfallen haben sie auch für Kaninchen gemacht. Ah, okay, okay. Vielleicht doch sowas. Aber Fisch ist mir am naheliegendsten. Weil du hättest, glaube ich, die Fische am einfachsten, könntest du wahrscheinlich dort für Fleisch oder irgendwie für Nahrung kannst du Fische fangen wahrscheinlich. Weil da kannst du ja relativ easy, falls du ein Netz zusammen bekommst, könntest du easy ein Netz nehmen und die Fische rausnehmen. Weil die verstecken sich ja dort in diesen Büschen. Oder du könntest das halt praktisch wie abfiltern. Ja, und dann die Fische dort raus sneaken. Super. Ich glaube, das wäre noch am einfachsten. Interessant. Man kann was lernen. Es ist ja krass. Auf jeden Fall. Hat mir gezeigt, wie er diese Schlingfalle macht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir da jetzt echt so ein Hirsch haben, was muss ich tun? Wo muss ich reinstechen, Joe? Erklär es mir. Dann sagt er, hier an der Stelle unten da. Ich sage, okay, und dann und dann, ja, dann ausbluten lassen. Hier haben wir ein bisschen. Und dann sind wir auf dem Weg dorthin so. Und dann klopfte das Herz, weil das war für mich wie so ein Kampf. Okay, also, weißt du? So, okay, es kann passieren. Es kann passieren. Genau. Das ist ein krasser Moment, weil wie viele Menschen haben ein Tier gefangen, ein Säugetier und dann auch getötet, zubereitet und verspeist. Die Leute kaufen Fleisch im Supermarkt. Das macht ja keiner. Uwe sagt, war es ein Wurm? Ja oder nein? Was meinst du jetzt mit, war es ein Wurm? Hab den Wurm gegessen? Ja oder nein? In Neuseeland gibt es Riesenwürmer. Ach so, nee, Wurm gar nicht. Okay, also ein Wurm war es nicht. Alles klar. Der Fag komplett gespoilert. Ich wollte eigentlich, dass er ein Wurm isst. Jetzt ist halt scheiße. Die Frage ist, ob mich Uwe noch liebt, wenn ich ein Wurm wäre. Wahrscheinlich schon, weil er mich gar nicht erst fressen würde. Bin ich gespannt. Töten würde. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, ob die noch ein Säugetier finden und essen. Da Uwe so gegrinst hat, kann ich mir aber auch vorstellen, dass er dort ein bestimmtes Tier meint in Folge 6. Alle, die das gesehen haben, wissen bestimmt, welches Tier jetzt hier gemeint sein könnte, was aber auch wirklich schon sehr, sehr bodenlos wäre. Da aber Julia auch schon früher ein paar Andeutungen gemacht hat, dass die es sehr krass finden, dass man quasi Tiere tötet und die sowas eigentlich überhaupt nicht kann, deutet das auch schon sehr darauf hin, dass es dort noch was Ordentliches zu essen geben wird. Dann wollte ich auch noch mal kurz bei Joe Vogel reingehen, der sich auch noch mal zum Thema Kommunikation geäußert hat. Boah, hat er den Kurt Show gemacht, ein 80-seitiges Dokument erstellt? Oder was ist das hier? Das Dokument heißt Unbekannt, schade. Ich dachte, da steht ja irgendwie PDF zu Kunde vor 80 Seiten. So eine Gruppe. Ich habe mir selbst eingestanden, dass ich Schwierigkeiten hatte. Ja, ich hatte Schwierigkeiten, Einschränkungen, Vorsicht, genau zuhören, horche mal zu, in den ersten drei Tagen, wie es mit der Kommunikation wird. Vielleicht wird es ja besser, vielleicht wird es ja schlechter. Aber ich möchte bitte jeden, jeden, bitte nicht meine Gruppenfähigkeit, anhand von drei Tagen, in denen ich insgesamt vielleicht fünf Stunden geschlafen hatte, in einer Extremsituation, den ersten drei Tage zu bewerten. Wir sind ja ganz am Anfang. Und da jetzt schon zu sagen, ich habe Probleme mit Gruppen, ist schon ein relativ hartes Stück. Es ist bewusst sehr, sehr stressig gehalten. Das war die Aufgabe, der Orga-TM von Fritz, Johannes und Max uns da an die Grenzen zu bringen. Das haben die ganz gut geschafft. Ich finde schon, man kann sagen, dass es da natürlich eine ganz andere Situation war mit dem Schlafmangel und Stress. Ich bin gespannt. Die haben irgendwie auch gemeint, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt und so, dass es Uncut-Folgen geben wird. Weiß da jemand genaueres? Und wann es die Uncut-Folgen geben wird? Und da habe ich jetzt wenig, also wenig bisher erfahren, aber irgendwie wurde es immer gesagt, ja, ich bin gespannt auf die Uncut-Folgen. Das heißt, wenn es die geben sollte, bin ich gespannt, wie das alles gab es auch jedes Jahr. Keine Ahnung, habe ich nie geschaut, muss ich sagen. Habe ich nie geschaut, die Uncut-Folgen. Ich glaube, das wäre dieses Jahr ziemlich interessant, um zu wissen, was ist denn wirklich alles passiert und fehlt manchmal auch der Kontext, um die Situation besser zu verstehen. Weil manche Sachen eskalieren dann natürlich noch viel, viel schneller jetzt im Nachhinein, als es dann vielleicht vor Ort sogar war. Aber das Thema hat ja jeden in der Gruppe beschäftigt. Aber es ging ja auch wirklich mehr um bestimmte Aussagen, die halt ganz klar dazu beigetragen haben, Stefan auszugrenzen und auch zu beleidigen. Und das kann man dann auch irgendwo nicht mehr so richtig auf den Schlafmangel schieben, wenn man im gleichen Moment sich zum Beispiel mit Julia und Sandra super versteht. Dann geht es jetzt nochmal um einen Kommentar und Hugus Reaktion auf ein Thema, was in Folge 6 war. Also da erstmal eine Spoiler-Warnung. Ich fand das hier eigentlich auch sehr treffend zu der Brandgeschichte mit dem Thema Verantwortung. Denn Joe Vogel hat sich ja auch mit den Worten gerechtfertigt. Wir haben Stefan vertraut, der Erfahrung hat, der sich auskennt. Und ein paar Stunden vorher wurde ihm eigentlich komplett die jegliche Kompetenz abgesprochen. Also man merkt auch in die Richtung, dass es sich da gedreht wird, wie man es braucht. Ja, safe, safe. Aber das ist wieder dieses Kommunikative und Manipulative, was auch viel Joe Vogel vorgeworfen wird. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Auch wie er von Anfang an halt immer wieder versucht, die Gruppe halt gegen Stefan so ein bisschen aufzustacheln, was ich auch nicht nice finde. So, weil versucht er wenigstens das Miteinander. Aber da wurde ja wirklich alles dafür getan, dass man eben nicht miteinander das zusammen angeht, sondern dass man, also von beiden Seiten, sondern dass man halt möglichst viel Abstand gewinnt und am besten noch schlecht geredet. Dann hat Hugo auch noch mal was zum Aussteigen von Stefan gesagt. Gess ich mich und dann passieren hier unschöne Dinge. Ja, sowas in die Richtung hat er gesagt. Ich glaube, es war noch ein Ticken anders, wie er es gesagt hat. Aber das ist wahrscheinlich, also wir haben wahrscheinlich genau den gleichen Satz gerade im Kopf. Also er hat wirklich sowas in der Art gesagt. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube eher, also ich glaube eher, dass es so ist, wie ich es meinte gerade. Also es war, es war schon, man dachte sich so, Digga, was ist jetzt los? Dass er halt sagt, yo, bla 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 bla, ich kann auch ganz anders. Also wirklich so, ich kann auch ganz anders, hat er gesagt. Und dann passieren da unschöne Dinge, hat er wahrscheinlich auch gesagt. Also ja, da habt ihr die Proof. Ich habe es gesagt und er hat es gesagt und ich wusste nicht mal, dass er es gesagt hat. Also er hat sowas gesagt. Und das war der Satz, wo ich mir dachte, wo ich dann gar, also ich hatte gar kein Verständnis, also gar kein irgendwie Gefühl, Mitgefühl mehr mit Stefan. Digga, da dachte ich mir wirklich, Bro, bitte drück. Bitte drück den Knopf. Ich will nicht, dass diese unschönen Dinge passieren. Bitte drück den Knopf. Ja, das ist natürlich schwierig. Also habe ich natürlich nicht gesagt. Du kennst ja die Person auch nicht gut genug, um zu wissen, yo, was meint er jetzt mit unschönen Dingen. Zumal er ja jetzt auch für die Gruppe nicht viel getan hat. Ich habe jetzt auch im Nachhinein auch noch irgendwie einen Clip gesehen zu Stefan oder von Stefan. Junge, der war tot, ist unangenehm. Anstatt jetzt einfach also wirklich mal Mann genug zu sein, um Fehler einzugestehen, um einfach mal auch zu sagen, okay, yo, ich war nicht oft genug da und so weiter. Oh, da hat er irgendwie, oh, da hat er wirklich echt unangenehmes Zeug erzählt. Wer hat denn das gepostet? Bestimmt wieder dieser Twitch-Spion. Da hat er die wieder komplett schlecht geredet. Da ging es irgendwie, irgendwie um das, um das Bauen der Unterkunft, wie, wie schlecht das war und was weiß ich. Im Nachhinein kann man natürlich immer viel sagen, aber holy shit, das war richtig unangenehm. Fuck, ich finde es jetzt gerade nicht so. Aber ich denke mir auch so, Alter, mach doch nicht die Situation noch schlimmer. Was ist das hier? Warte, ich gucke mal kurz. Ja. Und ich glaube, ich... Solo ohne Gegenstände? Ja. Hätte ich geschafft. Wenn ich in meinem Kopf das nicht gehabt hätte mit diesem ganzen Gruppenzeug, wenn ich mich nicht vorher um Kopf und Kragen geredet hätte, dass ich, egal was passiert, ich immer bei der Gruppe bleiben würde, hättest du mich jetzt einfach dahin gesetzt. einfach so. Von mir aus nur mit dem Taschenmesser oder was. Wäre ich da klar gekommen. Da wäre ich klar. Safe. Ja. Safe. Safe. 100 Prozent. 100 Prozent. Ganz klar. Der hätte da 100 Mal sein Feuer anbekommen, das ist klar. Also diese Arroganz nur mit dem Messer. Nehme ich mir, ja. Diese Arroganz nehme ich mir. Er setzt sich danach hin. Ja, der ist der erste gewesen, der rausgeflogen ist. Und er hätte easy peasy auch sich von der Gruppe trennen können und sagen können, okay, ich mache mein eigenes Zeug. Und jetzt im Nachhinein setzt er sich hin und sagt, ja, mit dem Taschenmesser hätte ich es easy geschafft. Junge, 14 Tage, ne? Keine drei Tage, keine vier Tage, 14 Tage. Das ist schon sehr, sehr überheblich. Warte, es kam dann noch mehr, aber ich weiß gerade nicht, wo der Clip war. Der Typ, der postet halt so viel dazu. Da war auch irgendeine Aussage, wo ich mir auch dachte, Junge, Junge, Junge. Die Frage ist, wieso du nicht alleine geblieben bist in dem Wald, ohne die anderen der Dinge durchzogen. Hättest du nicht den Einfluss der anderen und im Nachhinein hätte jeder gesehen, das kannst du auch besser und erträglich teilen. Tja, das ist eben das, immer mit hätte, hätte, Fahrradkette. Die Sache ist die, wie ich es auch schon gesagt habe, ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass es eine Teamstaffel sein wird. Na gut, nee, das passt auch nicht. Wie soll ich irgendwelche Falschhussagen? Nee, keine Ahnung. Ich hätte es euch jetzt gern noch gezeigt. Da gab es irgendeinen Clip, wo ich mir dachte, Alter, setze ich doch nicht im Nachgang hin und erzähle noch irgendeine Kacke. Wo ich, ach Mann, anstatt einfach die Sache normal zu klären und zu sagen, okay, yo, ich habe auch Fehler gemacht, es tut mir leid, der wird sich dann hingestellt und nochmal von oben herab gesprochen, als hätte er irgendwas da krass gepusht, erreicht oder sonst was. Wirklich, und das zeigt mir wieder Joe Vogel, für mich, wie es rüberkommt, manipulativ, auch unangenehm, höre ich sehr ungern zu, aber Stefan auch von oben herab, selbst darstellend und auch einfach so ein Alpha, der aber halt nicht zu einer Gruppe passt. Der einfach nicht, also der ist kein Gruppentyp, wenn ihr mich fragt. So, und, ach, unangenehm, ohne Scheiß, aber beide wirklich, beide, ganz, ganz schlimm, ohne Scheiß, also das, wären die einfach nur zusammen. Oh Junge, das war auch so ein geiles Format, für mich persönlich bisher das beste Format. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jetzt stell dir mal vor, du hast nur Joe Vogel und Stefan, die machen halt das zusammen. Katastrophe, würde ich mir nicht reinziehen. Wirklich, geht gar nicht. Wirklich unangenehme Charaktere, könnte ich mir nicht reinziehen. Aber, kennt ihr noch das Format, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, das hat Tina das letzte Mal auch gesagt, das war so das Geilste, was wir angeguckt haben, mit Fabio Schäfer und Otto Bulletproof. Wie hieß denn das Format, was sie zu zweit gemacht haben, wo die auch zusammen durch die Wildnis sind und hatten auch noch ein Gewehr mit, falls sie mal den Crystal Bear begegnen, was sie übrigens auch begegnet sind. Ich weiß gerade nicht, wie dieses Format hieß, das war übel geil, weil die haben es nicht gut verstanden, die hatten einen Plan, Survival Squad, dankeschön, die hatten einen Plan, es war übel interessant zu wissen, okay, wie gehen die vor, okay, dort liegt irgendwie Scheiße und dann wissen die, okay, ja, dort leben halt auch Raubtiere und man muss jetzt das Lager so bauen, so war, es war übel geil gewesen. Das war, finde ich, bisher vom Survival Faktor das allerbeste Format, was ich bisher gesehen habe auf YouTube. Brutals geil, super spannend, aber wenn du dann zwei Leute hast, die sich null leiten können, die nur, die dann auf, auf einem ganz anderen Level sich selbst hervorheben und zeigen, wie toll sie doch sind, ey, das ist so unangenehm. Es macht viel mehr Spaß, wirklich so dieses Miteinander zu, zu erleben und zu sehen, dass man sich versteht und dass man halt aufeinander aufpasst. Aber das kann ich euch empfehlen, falls ihr das, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Gönnt euch Survival Squad. Alter, da habt ihr echt was verpasst. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann habt ihr echt was verpasst und das ist, finde ich, noch geiler, auch vom Ding her, als Seven vs. Wild. Finde ich noch geiler. Also deswegen ist ein ganz, ganz großer Tipp an jeden, der es noch nicht gesehen hat. Auch sehr angenehme Leute, die da, also, die halt mitgemacht haben, halt die beiden. Sehr, sehr angenehm zum Zuschauen. Das dachte ich mir nur in meinem Kopf halt. Ist doch nur so dahergesagt. Ja, wahrscheinlich ist das eh nur dahergesagt. Digga, wenn der irgendwie versucht hätte, jemanden irgendwie, weiß ich nicht, in die Fresse zu hauen, Digga, Uwe hätte ihm einen Knockout gegeben. Aber trotzdem, er hat es gesagt. Er hat es in einem aggressiven Ton gesagt, Digga. Ich glaube tatsache schon, dass es ernst gemeint war von Stefan und natürlich, Gewalt ist keine Lösung, aber man muss dann auch mal in dem Moment überlegen, wie sehr Stefan sich davon angegriffen gefühlt hat, dass er für sich die Entscheidung trifft, ich gehe lieber, bevor etwas Unschönes passiert. Auch ganz klar, Stefan hat dort auch nicht alles richtig gemacht, aber es kam vom Großteil der Gruppe irgendwann kein Gefühl mehr, dass sie ihn da haben wollen und bestimmte Aussagen von ... Ja, also jetzt so von der ... Ich rede bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, da geht es ja gar nicht mehr um die Situation an und für sich, sondern jetzt auch im Nachgang mit den ganzen Reactions und was da für Ansagen noch gemacht werden oder gemacht wurden. Aber ob das jetzt während der Folge ist oder während der Staffel ist, dass die beiden sich hassen oder auch im Nachgang, das ist einfach gar keine geile Situation, es macht ja gar keinen Spaß. Du hast zwar Drama und Drama ist auch für viele geil, lustig und man schaut sich das dann an, aber für Survival macht das mehr Spaß, sich auf das Survival zu konzentrieren und zu sehen, wie die mit der Situation umgehen. Und ja, aber gut, am Ende des Tages, jede Staffel hat so seinen eigenen Charme und diesmal ist der Charme eher darin, zu sehen, wie ist die Gruppenkonstellation, wie ist das soziale Miteinander und jetzt haben wir schon in den ersten Folgen gesehen, wie heftig das ausarten kann. Ja, aber dankeschön für das Video, lieber NyxName. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung, checkt das Video ab, ist wichtig und richtig. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch was sagt. Also da wäre ich auch sehr sauer drüber gewesen und hätte ich mich persönlich auch sehr angegriffen gefühlt in bestimmten Momenten. Aber natürlich war es dann aus Sicht für den Rest der Gruppe die beste Entscheidung, wenn er in dem Moment geht. Gut, dann würde ich... Es war vielleicht auch für sich selbst die beste Entscheidung. Also wenn er wirklich sich so einschätzen kann, dass er sagt, er geht, bevor er sich vergisst, dann ist es wahrscheinlich auch das Beste gewesen. Das muss er natürlich auch für sich selbst wissen, aber dann darfst du trotzdem im Nachgang nicht so unfassbar überhebliche Töne spucken, weil das für mich... Also wenn ich mir das dann so angucke, denke ich mir so, Bro, du hast dich schon dort nicht so geil verhalten, so verhalte dich jetzt nicht noch im Nachgang so extrem überheblich, weil das... Keine Ahnung, damit sammelst du halt auch keine Sympathiepunkte bei den Leuten, die noch hinter dir stehen. Aber gut. Ja, war aber trotzdem ein interessantes Video und auch interessant zu sehen, was jetzt noch so ein bisschen gesagt wurde und wie momentan so kommuniziert wird. Leute, checkt natürlich Nikes Name ab, der das hier mal zusammenfasst, was strong ist, muss man sagen, in der kurzen Zeit und ja, das sind ja viele lange Folgen, die muss man erst mal so zusammentragen. Deswegen checkt das Video ab, lasst hier auch gerne ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich versuche euch auch hier ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was die Folgen angeht oder beziehungsweise was die Statements angeht und sowas. Da bin ich natürlich auch mit am Start. Ich danke euch fürs Zusehen, lasst bitte als Algorithmus-Kommentar das Wort Lost. Schreibt das Wort Lost in die Kommentare, weil es ist nichts anderes als Lost, diese ganze Angelegenheit, dieser Beef, diese ganze Situation und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr absolute Ehrenmenschen und checkt Holy ab, ist auch mal ganz, ganz wichtig. Die sind ja auch Partner von Seven vs. Wild, aber die sind natürlich auch meine Partner, Link ist unten in der Beschreibung. Das sind auch die Codes, da könnt ihr auch dick sparen und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön, steckchen an das Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.